Herr Winkler! Wie lange wurde... Was? Wie lange werden dich deine Freunde noch verteidigen? Was? Meine Freunde verteidigen mich? Wann? Sebastian und Dustin? Ich hab gesagt, ich hab keine Freunde. Wie geht es deiner Freundin? Wenn ich fragen darf. Ich hab keine Freundin. Ich bin seit... Ja, seit über einem Monat bin ich wieder Singer.